Die Sammlung Kahn besteht aus mehreren Teilen. Es sind insgesamt 70.000 Fotos. Davon sind 4.000 Fotos im Ersten Weltkrieg und vor dem Ersten Weltkrieg entstanden. Ich hatte für den radikalen Schnitt vor 1914 etwa 2.000 zur Auswahl. Davon waren aber nur 200 am Ende scannbar. Und daraus haben wir dann die 120 Motive genommen, die uns am wichtigsten waren. Das war ein Prozess mit mehreren Kuratoren zusammen. Das war ein Prozess mit mehreren Kuratoren. Musik Geschenk Musik 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 Es sind bewusst Digi-Prints, weil ich gar nicht den Eindruck erwecken will, dass wir hier Scans, also dass wir hier Originale zeigen. Wir haben ein einziges Original-Orthochrom am Eingang. Das ist nur als Systembeispiel, weil wenn man Orthochroms projiziert, verlieren sie die Farbe. Das hängt technisch mit ihrem Ursprung zusammen. Die eigentliche Ausstellung für mich steht hier in den drei Monitoren mit den ständig wechselnden Bildern. Die Prints an der Wand sind eine Art Publikumshilfe zum Verstehen, dass man vor Bildern stehen bleiben kann, sie angucken kann. Das ist eine Art Publikumshilfe zum Verstehen. Les Archives de la Planète von Albert Kahn ist Teil eines sehr umfassenden Projekts. Er hatte eine ganze Reihe von philanthropischen Stiftungen à la Carnegie, à la Rockefeller usw., mit denen er sein unverdient vieles Geld auch wieder unter die Leute bringen wollte. Dazu gehören sehr viele medizinische Stiftungen, dazu gehören viele andere Stiftungen. Aber Henri Bergson, der Philosoph, der auch sein Hauslehrer war, und Jean Brun, ein Humangeograph, hatten ein Prinzip entwickelt, die Welt zu dokumentieren, und zwar wissenschaftlich. Das ist ein wissenschaftliches Konzept, das hinter dieser Dokumentation steht. Und die Projektion war quasi ein Side-Effekt. Erst einmal sollten Bilder gesammelt werden in einem Archiv. Dann konnte man immer neue Bilder, auch gerade wichtigen Leuten, die bei Kahn zu Besuch waren, in seinem Salon, der von den wichtigsten Menschen der Welt besucht wurde, auch vorführen. Aber die Projektion war nicht der Ursprungsanlass der Bilder. Und die Projektion war nicht der Ursprungsanlass der Welt, auch vorführen. Vielleicht kann man an diesem Bild das auch erläutern. Das ist eine ganz einfache Szene zweier sehr junger Frauen in einem Verlachendorf in Ägypten. Und die gucken nicht sehr freundlich, weil sie eigentlich sich mehr Geld erwarten, wenn sie nackt dort stehen. Weil Reisefotografie des 19. Jahrhunderts hieß 1 zu 1 Kinderpornografie. Die Reisefotografen des 19. Jahrhunderts lebten von der Kinderpornografie. Das war allen Fotografen von Albert Kahn natürlich bewusst. Davon musste man sich absetzen. Die Philanthropie besteht also auch in diesen Details, Menschenwürde zu zeigen, Menschen in der Form zu zeigen, wie sie wirklich leben. Und nicht in einer Form, wie sie erotisch für ein koloniales Bürgertum aufgearbeitet wird. Von Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.